ach servus moin und hallo zum donnergurgler hier geht es wieder um die dinge die kein mensch braucht aber trotzdem spaß machen back to the 80s retro ist angesagt und richtig spaßig was habe ich dabei ein set von quidi ich habe noch nie davon gehört es ist auch in den klassischen shops die ich so kenne nicht zu finden ich habe es auf brick vor mal vor wochen im klemmbausteine untergrund sind wir bei den news drauf gestoßen und da fand ich schon das design der box so toll die leider nicht dabei ist ich habe es bei aliexpress bei gefunden für knapp 40 euro ich glaube 38 90 oder so kam dann in dieser formschönen verpackung und das ganze ist der tape recorder aus der reihe voice of the times qd 33 001 wenn ihr da mit dieser nummer bei google sucht landet ihr auf aliexpress wenn ihr mit dieser nummer bei aliexpress sucht findet habe ich sie nicht gefunden aber über google mit dieser nummer solltet ihr zu aliexpress händlern kommen wo man es bestellen kann zu unterschiedlichsten preisen sage ich mal das sind 904 teile und davon sind vier led teile in drei verschiedenen farben das ganze ist meines erachtens im juni 2023 erschienen nach brick vor auch wie gesagt über china circa 40 euro das ist ein teile preis von 4 cent und ich schiebe es mal zur seite denn wir haben diese wunderschön designte anleitung ich finde das design sehr toll ich lege mal kurz was zur seite das geht auch im stil hier mit den erklärungen was was ist wie in so einer anleitung und dann ballert man da los ihr seht da hat's löcher und so weiter das zeige ich euch auch gleich warum hinten sehen wir dass es illegale figuren gibt und dass es noch einen stickerbogen gibt mit dem man ihn dann cool machen kann wie man das halt früher so gemacht hat und so sieht das hier aus mit der anleitung lässt sich ohne probleme bauen also wirklich alles es steht immer mandarinen dran und drunter dann in englisch und wirklich keine probleme also alles voice of the time genau das ist der erwähnte sticker bogen mit den stickern um sich das ganze retro radio noch ein bisschen more retro zu machen und hatte auch so ein teile als kind und es war tatsächlich auch beklebt ohne ende in dieser kleinen umschlag sind die vier led round briggs 2 x 2 drin und üblich geblieben ist mir das hier zwei riesen wo ich nicht weiß wo sie hingehören und schauen wir uns an die hier oben kann man drehen und dann geht's aus ja einmal alles was ihr seht ich habe keinen aufkleber angebracht alles was ihr seht sind bedruckte teile und das sind viele also sowohl das hier oben als auch diese ganzen kleinen details wo play button und so weiter alles wunderbare drucke genauso die boxen schalen und music und so weiter und das ding kann viel hier haben wir die luftzufuhr sagen wir mal da fällt schon was raus das hat auch seinen sinn hier hinten das könnte ein bisschen besser von knob sein das mag aber auch an mir liegen wir können natürlich auch die machen wir hier weiter denn hier haben wir auch noch anschlüsse damit man aufnehmen kann und so weiter wurden von oben haben wir auch alles bedruckt das einzige was mir gar nicht gefällt ist dieses bluetooth zeichen das finde ich ein bisschen schade dass es passt nicht in die zeit aber auch diese on off teils obendrauf einfach witzig hier oben auch noch mal die langen teils mit den beschreibungen hier können wir natürlich auch die antenne ausfahren und ausreißen wenn man will genau das ist mal so prinzipiell hier oben haben wir wie gesagt wenn man unter diesen teilen sind ihr seht hier unten wird es rot und hier wird es orange bei dem wird es glaube ich auch orange und hier wird es grün so was jetzt nicht noch nicht gezeigt habe und zeige ich auch noch ganz kurz weil sie natürlich böse 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 sind diese witzigen figuren die auf einem auch bedruckten stein stehen mit einer sehr coolen gitarre ich zeige sie auch einmal noch kurz von hinten auch wenn es die gar nicht geben darf aber coole teile machen spaß und darf es aber nicht geben ist auf der tag so hier sind sie so jetzt kann das ding ziemlich viel zum einen können wir hier aufmachen und dann haben wir ein kassettendeck das fände ich ein bisschen schade das hätte ich cool gefunden wenn das so stehen bleiben würde bleibt natürlich auch aber man kann es auch ganz runter drücken da ist dann eine kassette drin ein tape bisschen unförmig aber die idee finde ich witzig und kann man auch hier wieder reinstecken und jetzt kann man hier aufklappen ein bisschen tricky jetzt muss ich mal kurz schnell schauen um das alles hier sauber hinzurichten und dann entsteht hier eine bühne und hier ein schlagt so hier haben wir den schlagtag bereich dahinter sieht man auch was wo ich gleich noch besser zeigen kann und hier haben wir eine bühne die sich aufklappt und entertainment das ist natürlich ein bisschen die idee schon übernommen von dem video tape recorder link ist hier oben da könnt ihr mein review dazu anschauen aber das ist hier schon noch mal einfach ein bisschen erwachsener umgesetzt sagen hier hinten können wir auch aufklappen da nehme ich jetzt mal was kurz raus denn das hier kann man als bühnen element und dann rausnehmen auch das hinten sind drucker könnte man auch ganz gut für muppets benutzen habe ich das gefühl kann man sozusagen als bühnen element hier irgendwo hinstellen und die sind fest angenobbt und da sitzt der coolste affe drin den ich je gesehen habe im klemmbausteine universum sehr geiles teil hier drin sind dann bühne und man kann nach vorne durchschauen und hier haben wir einen kleinen teddy bär der auch aus seiner loge guckt und dann kann man hier sein entertainment aufbauen jemand ja keine eine wahre wunderkiste die ein klein also das einzige problem was ich habe ist bei der geht es normalerweise noch ganz gut jetzt der vor für element sagt vorführer effekt sagt nein kämpfe ich kämpfe genau hier kriegt man es noch gut rein aber hier habe ich tatsächlich das problem auch wenn jetzt hier die mikrofon abgefallen ist da geht das mit den gelenken echt schwierig da muss man ewig rum tütteln bis man es dann in einer stellung hat dass man sauber einfahren kann ich kriegst oft einfach nicht hin da muss man hier immer sind so technik konnektoren die man in die richtige position kriegen muss und die müssen einmal gutes stück verschoben werden um da rein zu gehen und der effekt ist jetzt dass es eben nicht funktioniert ja tricky one kriege ich jetzt gar nicht mehr rein ihr seht dass vielleicht kann man es hier es ist halt hier an solchen technik konnektoren und der eine der auf der anderen seite der muss genau einmal so mit dem anderen verkantet werden und das ist ein kleines problem an diesem set aber das einzige problem an diesem set wie die wie gesagt noch nie gehört hat richtig spaß gemacht zu bauen hat tolle teile also ich weiß nicht ob es go bricks ist oder was es ist aber hervorragende teile keine kratzer gar nichts tolle drucke bluetooth hätte ich nicht gebraucht aber ansonsten von vorn bis hinten bis auf diese kleine bausch oder konzeptionsschwäche ein wirklich empfehlenswertes set tolles design tolle steine keine farbabweichungen und das ist bei weiß selten klasse creme kraft alles shiny und so weiter kommt einfach vor wie wenn man ein fantasy set auspackt von von der qualität der steine auch die bauabschnittsgröße super anleitung keine fragen übrig witzig finde ich diese zusätzlichen sticker wenn man so viele prinz drin hat ist es völlig akzeptabel zu sagen da kommen noch sticker oben drauf die led steine machen spaß ich weiß gar nicht das sind kann es mir hier erkennt die glaube ich mittlerweile schon das sind so zwei mal zwei round world in led drin ist mit einer batterie die in dem ding mit drin ist klar wenn es irgendwann zu ende ist weiß ich nicht ob man sie wechseln kann ich glaube nein aber die sollten eine zeit lang brennen die rechte box konstruktion schwierig bei mir gewesen ich krieg's nicht hin dass man es immer sehr schnell wieder einklappen kann und schade natürlich illegale figuren was wahrscheinlich auch dafür spricht dass dieses set im zweifel nicht so schnell nach deutschland kommt wer mehr über die die weiß gerne unten reinschreiben ob es überhaupt wie die ist wenn ich gegoogelt habe bin ich über ein paar umwege auf den namen wie die gekommen die box sieht eigentlich richtig cool aus und dieses so eine natur oder bischfarbene retro box schade dass ich sie über aliexpress nirgends bekommen habe geiles teil macht richtig spaß wer bock drauf hat holt es euch könnt ihr nichts falsch machen das gern abo da haut die glocke rein damit ihr nichts verpasst das war der donnergurgler für heute lasst euch gut gehen schreibt unten rein wie es euch dieses witzige teil gefällt und klemmt euch nicht die finger ein bis zum nächsten mal ciao